was geht ab liebe leute und damit herzlich willkommen zu bullet storm wir zocken das ganze jetzt gleich mal auf der 360 das war eins meiner allerersten let's plays damals ich glaube das vierte fünfte sechste ungefähr so kam anfang 2011 raus war leider nicht erfolgreich obwohl es ein richtig cooles spiel waren richtig cooler shooter nego shooter mit einem coolen combo punkte system ihr werdet es gleich sehen war man nicht wie gesagt nicht so erfolgreich ich hatte jetzt noch mal bock bekommen das zu zocken und deswegen machen wir das gerne noch mal wenn ihr bock habt seid dabei das gerne leichter wenn es euch gefällt natürlich und ich würde sagen wir legen mal los neues spiel auf nummer los geht's ja auf der 360 sagen wir das weil es damals dazu die gears of war 3 beta gab und ja da ich ein riesiger gears of war fan bin musste natürlich die 360 version kommen ich glaube es gab es auch noch für den pc und für die ps3 bin ich ganz sicher aber ich glaube schon ja und natürlich logischerweise alles uncut das kannst du nicht geschnitten spielen sondern spiel ganz ruhig ganz ruhig ihr versteht das alles total falsch hört mir einfach zu hier nimm noch ein schluck gray das hilft ihr beim zählen bitte bitte nein ich bin meine knarre ich habe das visier ein stück nach links verstehen viel spaß zu beantworten unsere fragen dann sinkt das risiko dass wir eine flasche verfehlen und eine verdammte visage verdampfen hört auf bitte ich ich sage euch ich sage euch was immer was immer ihr wissen wollt ok was was immer ihr wissen wollt was was ihr wissen wollt wie hoch ist unser kopf geld jeweils jeweils eine halbe milliarde wurde nach dem überfall auf den konföderationstransporter verdoppelt serrano persönlich hat das veranlasst eine halbe milliarde nicht schlecht für dich vielleicht ich bin das doppelte wert ok danke dass du so ehrlich zu uns warst was zum teufel ich habe ich alles gesagt schon aber du wolltest uns auch umlegen oder da sieht es echt schlecht mit einer begnadigung aus dieser wichser ich habe euch alles erzählt bald die klappe schon der dritte kopfgeldjäger diese woche serrano scheint ja echt scharf auf uns zu sein lass uns ein paar konföderationsschiffe plündern verdienen wir uns unser kopfgeld ok 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 dann bin ich mal gespannt ich kann mich natürlich nicht mehr an alles erinnern wie gesagt anfang 2011 kam es raus das heißt es ist ja fast viereinhalb jahre her alles klar ich mach das mal jemals schwanzlotscher und ja 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 Ich muss direkt mal die Empfindlichkeit ein bisschen höher stellen, das ist ja schlimm. Das ist ja schlimm. Ich muss dir nicht sagen, dass du hier in die Hocke gehen musst, oder? Nö. Trotzdem nett. Ein Beweis deiner Fürsorge. Ihr Jungs seid, was ist los? Irgendwas blockiert die Tür. Letzer Seite, Doc. Ich mach das auf meine Art. Welcher von euch Schwachköpfen hat dem Kopfgeldjäger eine Nova-Granate gelassen? Ich nicht. Ich war's nicht. Alles klar. Bin gleich bei dir. Haben wir noch irgendwas zu trinken? Nein. Aber im Lager gibt's noch jede Menge Farbverdünger. Grave, wir hatten Probleme. Ich brauch euch auf der Brücke. Sofort! Ja, wie gesagt. Damals gab's dann die Gears of War 3 Beta dazu. Sehr, sehr geil. Riesiger Fan davon. Ist auch von Epic Games dieses Spiel. Wird gepublished von denen. Und wurde entwickelt von People Can Fly. Habt ihr auch gesehen im Intro. Und apropos Gears of War. Natürlich kommt bald die Collection bzw. das Remake vom ersten Tunnel. Das gibt's hier auch zu sehen. Achtung! Captain am Deck! Ich bin einigen Konföderationstransportern gefolgt. Wir sind aus dem Warp raus. Und da war... es. Ulysses. Ich bringe uns hier weg. Ab in Endung, wenn Materie fällt. Und sofort verstecken! Wir gehen nirgendwo hin. Das ist das Kriegsschiff der Konföderation. General Serrano muss an Bord sein. Es ist Weihnachten, Jungs. Wir haben dieses massenmordende Stück Dreck hübsch verpackt da draußen. Auf dem Präsentierteller. Wir stehen hinter dir, Grey. Serrano hat uns alle angeschissen. Das ist ernüchternd, aber vorbei. Nein, du bist nicht nüchtern. Wir hatten keine zehn Sekunden durch. Du hast deinen Mut verloren, Ishi. Trotz deines Leichtsins erfülle ich meinen Eid, dir zu folgen. Aber das... Ich sterbe nicht für deine Rache, Grey. Unsere Rache. Die Ulysses will einen Kommunikationskanal öffnen. Bukanon bereit. Schicken wir ihnen eine Nachricht. Will jemand meutern? Wenn, dann jetzt. Niemand. Feuer frei. Komm schon, Rel. Sorgen wir dafür, dass sich Serrano wünscht. Er hätte das Kopfgeld verdreifacht. So, jetzt zeige ich dir mal, wie es hier funktioniert. Ist ja klar. So. Ich bin dabei, Junge. Ich bin dabei. Auf die Geschütze oder auf den Antrieb? Weltraumschlachten sind immer geil. Dann schreit mir doch, als du da auch was, Serrano. Alle Schiffssysteme in kritischem Zustand. Alle Schiffssysteme in kritischem Zustand. Ishi? Ich bin dabei, Junge. In Ordnung. Wir waren sowieso alle schon tot. Schon seit Jahren. Wir mussten nur noch eine Sache erledigen. Sicher gehen, dass wir nicht allein zur Hölle fahren. General. Ich nehme dich und jeden einzelnen von euch Wichsern mit uns. Ein plötzlicher Sturz in düstere Wurmen. Zehn Farben tief. Auf dem Weg zur Hölle. Auf dem Weg zur Hölle. Auf dem Weg. Auf dem Weg. Auf dem Weg. Mit deinen neuen Schwerkraftstiefeln machen diese Attentate richtig Spaß, Doc. Reut mich, dass sie dir gefallen. Man sollte niemals Spaß am Töten haben. Wir sind Soldaten, keine Mörder. Ach komm, vielleicht brauchst du einfach eine etwas mildere Bezeichnung, Ishii. Wie wär's mit Neutralisierungseinheit unfreundlicher Personen? Hör auf zu schubsen, Raoul. Ach, ich doch gar nicht. Aber wenn, dann wäre das hier genau der richtige Ort. Warum rufen wir nicht einfach da runter und geben Bescheid, dass wir kommen? Und von wo? Alles klar, das bedrängt mich noch nicht so. Puh, das ist ein Blick auf die City. Oh, los geht's. Auf mein Zeichen. Drei. Zwei. Eins. Sir Rano will, dass wir den Rechner hochjagen. Achtet auf die Zeit. Dann müssen wir weg. Kein Stress, Boss. Wir sind im Plan. Hey! Verflucht, Mann! Du solltest das Ding in die Luft jagen, nicht deine verdammten Mails lesen! Was machst du da? Was sehe ich mir da an? Jeden unserer Morde. Wir haben unschuldige Menschen getötet. No-Web war Reporter und saß gerade in einem Artikel über Sir Ranos Korruption. Ich will Sir Rano sprechen. General Sir Rano, ich... Was willst du, du beschissenes Arschloch? Rufst du etwa vom Einsatzort an, du dämliches Stück Scheiße? Halt die Klappe! Beantworte mir eine Frage. Diese Leute. Haben sie uns gezwungen, unschuldige Zivilisten zu töten? Heilige Scheiße! Was zur verfluchten, abgefuckten Hölle habt ihr euch denn dabei gedacht? Ihr verweichlichten Wichser! Seien doch konföderationssanktionierte Attentäter! Es hieß, die Ziele seien Waffenschieber, Sklavenhändler, Massenmörder... Ja, ich habe gelogen! Na und? Wen haben wir getötet? Novak! Der belastende Beweise gegen euch, dämliche Scheißhaufen! Er hätte es auflegen lassen, was ihr tut! Und was genau tun wir? Ihr dient voller Stolz einem General der Konföderation, die ihr so ähnlich liebt, dass ihr ohne zu fragen eure jämmerlichen Madenleben opfern werdet, um sie zu beschützen, eure Kommandeure glücklich zu machen und eure Regierung zu stärken. Und jetzt will ich von euch Arschlöchern eine nette kleine Entschuldigung hören, oder ihr seid dran! Ich mach dich kalt! Hey Mann, was für'n Scheiß! Hätten wir eine solche Entscheidung nicht vielleicht diskutieren sollen? Okay, wir nehmen die Spectre und springen in die Nebensysteme. Wir entziehen uns der Konföderation. Ich glaub nicht, dass wir von diesem Planeten runterkommen, Grayson. Oh mein Gott! Hey, hey, hey! Alles okay! Okay! Wir werden dir nichts tun! Alles wird wieder gut! Ishi, bleib bei der Kleinen! Alter, der will's richtig wissen, ja. Okay. Nein, ich bin doch dabei, aber ich muss mich erstmal dran gewöhnen, ey, dass man zum Beispiel mit dem Linkstick in die Hockey geht. Übertrieben ungewohnt. Aber egal, wir machen das schon, Leute. Ja, man würde ja, äh, wie heißt das englische Wort? Das Spiel ist ein bisschen cheesy. Ein bisschen, ja, ein bisschen trashig. Das trifft's auch, ich merk das schon. Aber das macht auch so ein bisschen den Charme des Spiels aus, dass es halt einfach so ein bisschen 80s-Trash angehaucht ist. Ich glaube, das merkt man recht deutlich. Steh auf! Bring deinen Arsch hoch, Boss! Na los! Wir haben Probleme! Ich komm schon. Steh auf! Easy cut's ab, Mann! Er ist total erwart. Hast du das gesehen? Fluchtkapseln der Ulysses, ich hab' ein paar runterkommen sehen. Scheiß drauf, Mann! Nimm endlich den Kopf aus'm Arsch! Ich brauch' hier deine Hilfe! Okay, der Arm hängt auch noch gerade mal so dran. Das Ding hängt nur noch an einem Faden. Ich sehe es, ich sehe es! Wir lassen Sie nicht im Stich. Nicht so lange es noch eine Chance gibt, ihn zu retten. Okay, okay. Wenn Doc denkt, dass er was tun kann... Du musst das wieder hinkriegen, Doc. Du hast bei unseren Einsätzen so viele Cybertransplantationen durchgeführt. Da muss es doch... Ich kann ja auch Gliedmaßen ersetzen, aber... Sieh dir doch an, Gray. Die Hälfte seines Körpers ist zerschmettert. Versuch es zumindest. Er würde das Gleiche auch für uns tun. Vielleicht... Vielleicht könnte ich ja. Aber für die Bierschweißung bräuchte ich eine geladene Fusionszelle. Ach, die sind uns schon vor Monaten ausgegangen, Doc. Gott verdammt! Es muss noch einen anderen Weg geben. Die Fluchtkapseln der Ulysses, ein paar von ihnen sind runtergekommen. Wir nutzen Energiezellen für den Antrieb. So ist es. Komm schon, Raoul. Unser Kleiner hat nicht viel Zeit. Halt ihn am Leben. Ich bin gleich zurück. Sag mal, bin ich der Einzige, der bei der Stimme von dem Typen hier an den Comic-Buchtypen aus Big Bang Theory denken muss? Oh shit. Daraus? Okay, das ist nett. Ganz ehrlich, Häuptling? Das war echt eine scheiß Idee. Ich weiß, ich habe uns das alles eingebaut. Warte. Hörst du das? Dieses beschissen lautige Hämmer? Verfluchte Zeichen. Komm her! Boom! Boom! Du bist echt meine persönliche Hasenfote, Boss. Hier scheint nicht nur die Sonne, sondern ein ganzer Regenbogen mit Glücksklee ausmacht. Das ist echt ungewohnt mit A zu springen bei einem Ego-Shooter. Mit dem linken Stick in die Hocke zu gehen. Das ist alles extra für den Ego-Shooter ungewohnt. Ey, was willst du Pickel-Fresse? Ey, so von den Schüssen her hält er echt ganz schön viele aus, der kleine Büsse. Fuck, ich bin fast tot. Was für eine beschissene Art, den Nachmittag zu verbringen. Komm schon, weiter! Ja, geil, Mann! Boah, das steuert sich echt ein bisschen schwammig, ohne Witz, Leute. Wenn man das mit aktuellen Shootern vergleicht. Und aktuellen Konsolen und so weiter. Also, das steuert sich echt schon. Ganz gut. Schwammig. Das könnte vielleicht... Nee, am Kontrolle liegt es nicht. Vielleicht... Vielleicht einfach an mir. Weil es so ungewohnt ist. Das ist so ungewohnt. Heilige Pestbisse. Heilige Pestbisse. Die Ulysses. Wir haben den Bastard mitunter geholt. Toll, dann fühlt sich Ishi bestimmt gleich viel besser. Mach deinen Job. Leg sie um und zwar schnell. Warum her, Kumpel? Du kannst ja Englisch, Junge! Stirb! Sau, du... Jetzt bist du... So viel zum Thema... Final Echo. Die Elite. Die Elite hatte ich mir eigentlich anders vorgestellt, oder? Die Gerüchte sind wahr. Final Echo setzt tatsächlich Peitschen ein. Ich dachte, instinktgedämpfte Waffen seien illegal. Waren sie auch. Probieren wir das Ding mal aus. Au! Au! Verflucht! Ich kann fühlen, wie das Ding mit mir redet. Ganz toll, Boss. Freut mich echt für dich. Und jetzt mach dich nützlich und reiß den Deckel von dieser Büchse auf. Verdammt heiß. Schnapp dir eine der Fusionszellen. Ach was? Echt? Danke, dass du mich Schwachkopf daran erinnerst, warum wir eigentlich hier draußen sind. Ja, geil ey, jetzt haben wir diese... Ja, diese Plasma Peitsche. Geil, ja. Und damit können wir natürlich auch coole Sachen anstellen. Das werden wir auch noch probieren und sehen. Ein bisschen was werde ich sicherlich hinbekommen. Komm her! Komm her! Ja, wunderschön hier! Zack! Und ich auch noch. Na ja, na ja. Nicht wirklich. Oh! Oh! Und jetzt drehen wir den nochmal weg. Guckt euch den an, ey. Kann ich den nicht treffen? Ich bin doch voll drauf gewesen. Ich komm nicht holen, ey. Ich komm nicht holen. Ich komm nicht holen. Ich komm nicht holen. Ich komm nicht. Oh! Ich komm nicht. Ich komm nicht. Wir machen ja das. Ich komm nicht. Wir machen ja das. Ich komm nicht. Aber nun darfst du die Schöne durchsteigen. ruhig. Ich muss mich unbedingt echt erstmal dran gewöhnen hier, wie sich das steuert alles. Und jetzt raus hier. Ich muss eine Million Neurotransmitter Bio schweißen, Idioten. Alles klar, alles klar. Du kannst mich nicht steuern. 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 Boss, sie kommen durch die Lüftungsschächte. Ischi braucht unsere Hilfe. Kommt schon. Kommt her, ihr Wichser. Gebt mir was, wofür es sich zu sterben lohnt. Nein. Gebt mir was ihr drauf habt, ihr verfickten Schwanzlutscher. Alter, hier geht die Luzi ab. Auf jeden Fall. Oh, verflucht der Wichser. You don't live. You don't live. You nothing. Great. Easy. Die Zeit mit dir hat Spaß gemacht. Schieß mich. Was ist? Ich bin. Ich bin. Du bist ein. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Bitte, hilf mir! Irgendwas geschieht! Hör mir zu, Ishii. Du wurdest bei dem Angriff verletzt. Doc musste dein Gehirn mit dem Bioprozessor des Roboters flicken. Du musst dich noch daran gewöhnen. Es ist wie eine Amputation. Ich helf dir. Du? Du willst mir helfen? Ich kann mir nicht vorstellen, wie du mir helfen könntest. Dein trunkener Rachedurst hat gerade unsere Crew getötet. Es tut mir leid. Es tut dir leid. Es tut dir leid. Ishii, hör mir zu. Überlass dem Bioprozessor nicht die Kontrolle. Das darfst du nicht zulassen. Ich werde dich töten, Grey. Kein logischer Grund spricht dagegen. Das ist deine Final Echo Instinct-Peitsche. Ja. Ja. Der Kommunikationskanal. Öffnen. Schalt das Mikro ab. Der Hole. Alle Final Echo überlebenden Positionen melden. Ischka, hier ist Serrano. Ich bin am Leben. Hänge aber auf einem verdammten Hoteldach fest. Jetzt bewegt deinen hübschen Arsch. Einheimische sammeln sich hier. Und ich sitze in der Scheiße. Ich will für andere Echo-Überlebenden auf Tracker umschreiten. Meine Position. Ich mache mich auf den Weg zum General. Serrano. Die Kakerlake lebt noch. Das ändert die Lage Ishii. Selbst wenn du diesen Huren so nicht umbringen willst, werden seinetwegen bald Rettungsschiffe hier auftauchen. Berechne jetzt mal unsere Überlebenschance. Kannst du sie aufspüren? Ja, hab sie. Wir finden die kleine Folgen hier zu Serrano und... Wir brauchen den General, um hier wegzukommen. Ihn zu töten ist kontraproduktiv. Ich weiß ja, wie dringend du... mir helfen willst. Klar. Natürlich. Ich wollte ihn auch gar nicht töten. Wir finden ihn und bringen dich hier weg. Ich kenne ein paar Biotechniker, die dich wieder hinkriegen, Ishii. Ich schwöre es bei meiner Mutter. Wenn ich sterbe, stört auch deine letzte Hoffnung auf Erlösung. Vermutlich. Die Energiezelle des Kampfbots ist schwach. Wenn ich sie nicht in 30 Minuten auflade, bin ich tot. Diese Freaks, die uns angegriffen haben, Südöstlich von hier ist eine große Gruppe. Da müssten Energiezellen sein. Dann folge ich dir. Ein letztes Mal. Okay. Okay. Sei vorsichtig. In den Trümmern sind viele explosive Komponenten. Okay. Ishii ist wieder am Start. Ist jetzt... Ja, ist ein Cyborg, oder? Kann man auf jeden Fall so nennen. Bam, Junge. Bada-Boom, ein mächtiger Bada-Boom. Bleib wachsam. Keine Angst, ich pass schon auf. Wie geht es dir? Sind die Schmerzen erträglich? Nein, sind sie nicht. Aber was soll ich machen? Ich muss sie trotzdem ertragen. Ich werde dich hier rausbringen, Ishii. Oh Leute, das ist echt ne lange Zeit her, ey. Als ich das das letzte Mal gezockt habe. Also mein Anfang ist halt als letztes Mal. Hast du eine Ahnung, was sie hier vor uns sehen, Ishii? Nein, aber sie stammt von der Konföderation. Der Kennzeichen nach sind die Missionsprotokolle über ein Jahr alt. Du weißt also nur, dass Serrano hier irgendeine Scheiße vorhatte. Und ich habe auch ein anderes Spiel ins Auge gefasst, was ich auch zur selben Zeit ungefähr so am Anfang meines Let's Player Daseins gemacht habe, auch noch mal was zu machen. Mal gucken, ob ich es wirklich durchzähle. So, jetzt wird es endlich interessant. Denn jetzt kommen die Trick-Shots und Skill-Shots und so weiter. Und das gibt alles Punkte zum Aufleveln, was sehr nice ist. Boah, das fasse ich nicht. Diese miese kleine Peitsche bewertet meine Leistung. Und sie wird gleich eine weitere Gelegenheit bekommen, den Effizienz zu messen. Wir werden angegriffen. Was, ein Zufall. Yeah. Führe Skill-Shots aus, um dir Skill-Punkte zu verdienen. Diese kannst du bei Versorgungskaps investieren, um dir Waffen, Munition und Upgrade zu kaufen. Verbinde dich jetzt wieder mit... Okay. Ja, will ich die jetzt ausgeben? Oder spare ich mir die? Ja, ich glaube, ich spare mir die. What the fuck? Was war das denn jetzt? Einfach wegtreten, die Sau, ey. In den Kaktus rein mit dir. Zack. Yeah. Ah, wo hängst du denn jetzt wieder fest? Sehr nice. Okay, Skill-Shot-Datenbank. Töte im brennenden Gegner. Ja, wir machen einfach mal, was so uns in den Sinn fällt. Sinn kommt, so rum. Äh, Sinn fällt? What the fuck, Junge? Ist auch nicht mehr alle Tassen am Schrank. Kann halt sein. Das Basislager ist direkt vor uns. Umwelt-Terrorist. Die nutzen Konföderationsbestände. Das ergibt keinen Sinn. Wir sind in den Außenquadranten. Hier gibt es weit und breit keine Kolonien oder Konföderationsgruppen. Ah, nee. Nichts für Feuer. Sehr schön. Ich glaube, das mit dem Zielen wird noch später ein richtiges Problem. Es fühlt sich halt wirklich nicht smooth an, plus mein geringer Skill. Ist keine gute Kombination, Leute. Ist keine gute Kombination. Ist keine gute Kombination, Leute. Der geht einfach nicht drauf da hin. Mieses Stück Scheiße, du. Hat er das überlebt? Tatsächlich, der Junge. So, Würgereiz. Passt. So lange hier aufhalten, wird keiner von uns überleben. Wie in den guten alten Zeiten. Sorry, dass ich nicht in Nostalgie schwelge. Ja, jetzt komm. Heul nicht rum. So, weißt du, bist nur halt draufgegangen. Dein halbes Gesicht ist weg. Nur weil er gesoffen hat. Jetzt. Man kann auch aus allem im Drama. Aber what the fuck, ist das jetzt los? Die Konföderation. Ich habe den Komplex gescannt. Der einzige Ausweg wird nach unten. Vor uns sind Quartier in einem Minen Komplex. Bist du für diese Art von Kampf bereit? Nein, bin ich nicht. Ich bin für nichts dergleichen bereit. Wir haben keine andere Wahl. Fantastisch. BAM, Junge. BAM. 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 Graffiti, weißt du Bescheid? Scheiße, ich habe keine Munition mehr. Was soll der Scheiß? Das lief nicht so geil. Sag mal, warte, wie lange sind wir denn schon dabei? Fast 40 Minuten, Leute. Oder so, wir sind... Ja, 40 Minuten. Mal gucken, wann das Kapitel endet. Dann machen wir... Jetzt endet es. Dann passt es ja wirklich ganz gut. Dann können wir doch jetzt hier erstmal den ersten Cut machen, Leute. Und beim nächsten Mal gerne weitermachen. Was ist das hier? Illegaler Uranabbau? Nein, die Konstruktion ist zu perfekt. Es ist keine Unterweltoperation. Wer auch immer diese Unternehmung finanziert, kann seine Investition vergessen. Bleib wachsam. Wir sind hier nicht sicher. Da sagst du was. Gut, Leute. Ich würde sagen, das reicht hier erstmal für den ersten Part. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Bock auf das Spiel, auf das Let's Play. Wenn ja, lasst gerne mal ein Like da. Und... Schaltet beim nächsten Mal gerne wieder ein. Leute, das war's. Mehr hab ich nicht zu sagen. Haut rein. Tschüss.